Zulthorn noch früher dann hätte ich vielleicht auch durch das Schöne Lockierung jetzt zum Beispiel noch einmal auf mich wird treffen und zwar nur wie es war okay am Anfang der Zulthorn weil ich habe so richtig auch mit uns auf dem Markt der Flasch also richtig schnell was habe ich ich habe ein Zulthorn er muss doch Geld und das ist das beste Auto wir treffen uns am Verkaufsstelle Aua die Schlange war nicht offen und so dann ist das beste Auto das schnellste sind Fernus auswählen dann ist ein gutes Auto wir sind Ballett der ist auch gut ich war dann soll danach okay dann sind wir über die Grenzen dann kann uns keiner mehr was bin fast da oh ja ich bin jetzt da und soll warte ich bin auch gleich da wenn ich jetzt wüsste wo ich runterfahren muss dann um ich glaube ich muss hier und war das sei jemand ist wo du gerade gesagt hast war das Auto mit der Zeit Bund keiner macht ich bin gleich am Zoll ja ich mache jetzt ein bisschen ja erhält sich so weit bei einem Stopp Stopp Bleib weil ich ja du bist so schnell als ich so wie sowieso ein von langsam wenn ich jetzt wieder nur 350 dafür bekomme dann gehe ich kacken nein für das Auto bekommst du viel Mann aber wahrscheinlich weil das andere kaputt war vielleicht nein das war nicht kaputt das war nicht so das war ja 200 fast aber ich bin vorsichtig ich mache auch den Flughafen Jump nicht ich glaube nicht 100, 102, 106 Alter oh da kommt was was blau und schwarz ist haha ich war auf der rechten Spur vor duft der linken oder was gebremst tschüss links oder ja du startest dein Auto ha 800.000 ich habe 977 das war aber schon bei mir auch ich habe gar keinen Schaden ich bin voll cool nein du hast einen Dachschaden ja ich habe keinen Schaden am Auto gemacht ja aber du hast einen Dachschaden ja gut fahr nicht so schnell du bist um all das schneller als ich aber ich kenne mich nicht aus nein echt nicht hoch nicht ist was er vorliegen ich glaube wie eigentlich das wäre hast du gerade einen Fall gebaut ja das auch er werde ich ne alter Niklas der Job ist scheiße 250 was ist das alter ich sage das Auto hat mindestens 100k gekostet ja ich verspreche es ja schon fast was was machen wir jetzt ist mehr ohne Sonderschab oder mhm so jetzt sind wir auch wieder hier in meiner Aufnahme hallo so geklaut und das hat nur 350 gebracht und jetzt entscheiden wir uns dafür dass wir was anderes machen und ich werde es mal kurz noch eine Aufnahme unterbringen weil ich mich auslocke bis gleich ich ich auch so hat es jetzt willkommen hier zu einem kleinen jahr ich jetzt mal ein special von LFVD um ja ich werde das vermutlich auch vor den oder neben den ganz anderen wie das so kann man ja egal und zwar hat mich herausgefunden wie man die Bank aus hofft und wir werden jetzt die Bank ausrufen was das wird gemacht er hat der Befehl das ist spannend aus oben so ich habe eine Waffe der Diklas nicht wie es hätte ich genug Spieler der Exekutive und nein was sind Exekutive das ist 102 Spieler und nein nach dem Fehl der Kärz und der Transporte oder Ausgruppe okay okay so dann dann machen wir hier ist die Bank in der Sperre noch vorbeigucken das war ein paar Spiele und dann aber auch mit dem Köln wundert mich die das Porta geht auch nicht ich bin doch jetzt ist und leidt Prozent dass er mit dem Spielausraum und Autos klaut oder schießen die Schleifte Autos knacken ja das stopp die Städte war die Gäste drückt sich und das Spielausraum das bringt mehr okay wie geht es nicht das wüsste das Warten ist uns einer was macht und wir töten Warte mal das Auto auf KZ Fernus fahren oder auch auf die Klasse der Schalock der Klasse Kurs der 1 Wir haben doch ein zweites Fahrzeug. Wir wissen, dass er wieder zurückkommt. So, gut. Du weißt doch, wohin? Ja. Ich hole dich schon ein. Oh. Ein bisschen schlicht. Strafpunkte. Ach, scheiße, geil. Also, wir klauen gerade ein Auto. Da wacht ihr doch, ey, so ein Strafpunkt. Oh, scheiße. Ich lasse noch einen Punkt haben, dann ist man fein wieder weg. Schon wieder, das hat er jetzt neu gemacht. Oh Gott. Bist du noch da? Ja, 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 ich bin fast zufrieden. Du bist gar nicht da. Oh, mein Lukas klingelt. Dann was? Ab, nee, nein.